Go, go, Pussy Ranger. Oh, da haben wir schon ne Waffe. Ich bin heute wieder so gut drauf. Oh, Leute! Kleines, dummes Arschloch, wie... Okay, hab ihn. Einer auf'm Dach. Okay. Boom. Boom. Boom, sag dich. Ich bumme sie alle. Ich komm sofort. Ah. Nicht nachlassen, nicht nachlassen, nicht nachlassen, nicht nachlassen, nicht nachlassen. Ich hab eine andere Umstände programmiert, deswegen sag ich die ganze Zeit nicht nachlassen. Also nicht mal überhaupt nie, sondern lass ich dir alles tun und schreit ich die ganze Zeit nicht nachlassen. Sag ich mich gerne Leute zutüte, weil ich dich damit, äh, anschauen, dass du nicht nachlassen sollst. Bewegung, Bewegung. So, guck dir's mal an, der Typ tut mitten auf dem scheiß Feld. Und er macht nix. Verdammter, Hacke. Komm, jetzt hier, Arschlecken. Ey, jetzt... Nimm die Waffe und schieß doch einfach. Du hässliches Salmonellenvieh. Okay. Nie darf ich den einsamen Wolf spielen. So, warte es. Welche Tür? Verdammt, er ist nicht hier. Hersch, ich hab ihn. Ich komm hier nicht raus. Ach, wegen der Animation durfte ich jetzt hier nicht reingehen. Er wusste von euch. Wo ist Roach? Wo ist er? Ich weiß nicht. Ja, 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 mach auf die Scheiße jetzt hier. Okay, fangen wir's. Verdammt, er ist nicht hier. Hash. Er wusste von euch. Wo ist Roach? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Hash. Du hast fünf Sekunden, um uns Roachs Position zu verraten. Er ist nicht hier. Drei. Zwei. Seine Position ist da drin. In einer verschlüsselten Datei. So, so, so. Wenn das mal nicht der Leben der Tote ist. Roach. Hm. Ich wusste, er wird dem Grotkrum folgen. Du Mistgall wolltest meinen Vater töten. Hash. Die Söhne von Elias Walker. Jungen, die Männerarbeit erledigen sollen. Wo bist du, Roach? Es ist egal, wo ich bin. Nicht egal ist, dass die Ghosts mich vor zehn Jahren zurückgelassen haben. Und von dieser Nacht an lebt Elias mit dem Wissen, seine Söhne in den Tod geschickt zu haben. Raus hier! Scarecrow, die Mission ist gefährdet. Versuchen Evakuierung aus der Luft über den 42. Stab. Stand 6. 2 Tiefs, 3 Sammeln, um den Vorgang rein. Von einem Sie rutschen konnten wir nicht. Gibt es zu wissen. Wir müssen ein Fenster finden, bevor das ganze Gebäude einstirbt. Dieses Haus bestand nur aus Fenstern. Fenster der Fall. Verstanden. Alter, jetzt lass mich doch durch. Wee! Ah, scheiße! Hat er dies geschafft? Ich bin ja noch mal ein Weib von dieser Scheiße entfernt. Dammter Hacke. Ich will mich da festhaken, damit ich nicht rauskomme. Ich will euch einfach nur vor Augen führen, wie lächerhaft das einfach nur ist. Ramos' Laptop ist schwer beschädigt, aber Norad konnte was finden. Rock? Er ist alle zwölf Stunden in Bewegung. Aber für die nächsten zwölf kennen wir seine Position. Ein schwimmender Industriekomplex im Golf, besetzt von der Föderation. Sie nennen ihn den Freihafen. Es war Norads Fund. Und sie wollen ihn lebendig. Ihr bekommt ein paar Vögel für die Jagd. Ich koordiniere die Einheiten von Spector aus. Das Ei wird eine verdammt wilde Jagd. Fette Beute, aber ihr wisst, was zu tun ist. Zweiwärtige Ghost-Zeichen. Wahoo. Niklas! Pirate 5-0, hier ist Outlaw 1-1, sind in zwei Minuten da. Verstanden 1-1. Nicht vergessen, es geht hier um wichtige Informationen. Das Infiltrationsteam schützen, bis wir unsere Jungs absetzen können. Bestätigt 5-0. Laser aktiv. Sensoren zielen nach 0-7-7. Brauchen wir Angriffserlaubnis? Ich prüfe das gerade. Bitte warten. Zehn Sekunden, wir müssen auf diese Typen feuern können. Alles klar, Anker frei gegeben. 5-0, wollen Sie 30 Millimeter oder Raketen? Alles, was Sie haben. Verstanden. 1-0 setzt 30er ein. Ich auch? Gut, Jungs, suchen wir uns etwas Spreit. Heilige Scheiße, das sind viele Ziele. Viele Maschinengewehre da unten. Feindbeschuss vom Gebäude mit den Schornsteinen. Wiederhole, das Gebäude mit den Schornsteinen. Verstanden. Feindbeschuss vom Gebäude im Westen, zwischen den Straßen. 1-0, greif das Gebäude an. Greifen das Gebäude an. Feindliche Flieger bei den Schornsteinen. Endlich habe ich mal einen Kill gemacht. Wir haben feindliche Flieger in der Nähe der Schornsteine. Ich sehe sie. Setze Angriff fort. 1-1, 1-0, dreh kurz ab und mach ein wenig Platz. 1-0 hat keine 30er mehr. Mache mich für Raketenabschluss bereit. Verstanden, 1-0. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen Mohun-Geballer hier haben. Also noch ganz klappt das nicht so ganz, was ich hier vorhabe. Also in meiner Fantasie ist das gerade voll cool. Nur hier ist es irgendwie gerade. So, das haben wir auch mal aufgeräumt hier. Sonst noch was? Also ich fliege den gerade selber. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich werde jetzt nicht von dem Computer generiert irgendwo hingezogen. Oh, ich störe bald. Erstmal hier das ganze Gezupple hier. Loswerden. Setze Rakete ein. So, wer schmeiß mit Papier nach mir? Rakete unterwegs. Osse. Der והlegate ein. Babbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbab. Fatz'n Digga langsam hier. So Was war das denn? Ist das ein Kollege oder was? Das muss ein Kollege sein Okay, wir fliegen mal weiter Stirb, stirb, stirb So Fucking Double Kill Stirbt Stirbt Raketige Feuer Unter Angriff Feindliche Flieger im Norden Norden Feindliche Flieger nähern sich aus dem Norden Wir treffen, Bruder Fresser Abstand halten und auf Rückstreuung achten Rakete unterwegs Achso, okay Schlebt die Rakete ein Mein Gott ist das langweilig Rakete unterwegs Guter Treffer, guter Treffer Guter Treffer, guter Treffer Guter Angriff Scan nach rechts Da sind noch drei Flieger Flieger greifen uns weiterhin an Ausschalten Erwischen Feuere Guter Rakete Guter Rakete, guter Angriff Ja, man hat immer was Neues gesagt Scheiße, wir haben uns dafür Drei Schwerber gemacht Ah, schlechten jetzt Luftraum ist frei Auto 21, der Weg ist frei Wir geben Ihnen Deckung Verstanden, 5-0 Sind unterwegs Äh, da beziehen mehrere feindliche Ziele Stellung unter uns Genau unter uns Verstanden, hab sie Jetzt nicht mehr Angriff auf diese aktiven Ziele konzentrieren Rakete, frei Ruhe Mehrere Ziele in der Umgebung angegriffen Haben einige erwischt Aber ein paar sind aktiv Okay, verstanden Gehe wieder um Reise Da kommt eine Rakete Die Nordseite des Gebäudes angreifen Die Nordseite Die Nordseite Fliege da gerade hin Ich weiß nicht, ich hab hier von irgendwas abgeballert Aber ich hab keinen Plan von was Jetzt war jetzt keine Ahnung, was ich in die Luft gehackt habe Aber ich hab irgendwas in die Luft gehackt gerade Täuschkörper Ah, hier sind ein paar doofgedödelt Auf den Häusern hier Tja Da ist einer Da kommen noch mehr raus Nein, danke Wo sind denn noch welche? Danke für die Hilfe Kein Ding Was ist das denn jetzt? Ein krasser Echtsprung hier Verstanden Scanne weiter nach Stirb Stirb Stimme nicht im Weg rum Autschen Kannst du gerne wieder haben Schöne Ding Da stehen meine verfickten Freunde Und ich bin hier Was bedeuten soll? Die sollen sich mal um diese Scheiße hier gerade kümmern Ja, dann ballert doch mal Du bist so untätig wie die Kollegen hier Und damit bist du für mich ein Feind automatisch Feierabend Spannend Musik Untertitelung des ZDF, 2020